So Leute, dann willkommen wieder zurück zum nächsten Part. Ich habe zwar jetzt eben gerade nur eine Sprechpause gemacht, aber es wird ja da gecuttet, also von daher ist das schon berechtigt. Und bevor ich jetzt hier wieder lang rumlabere, mache ich einfach hier weiter, nämlich Samen holen und so. Irgendwie viele Dings haben wir jetzt? Wir haben jetzt fünf. Das gefällt mir eigentlich noch nicht so. Hier sind ganz viele Scharfe, aber wir brauchen ja keine Scharfe. Äh, wir tun einfach... Äh, es wird hier dann acht. Ja, ähm, wir legen jetzt... So, eins, zwei, drei. Und eins, zwei, drei. So, ähm, ja. Dann hätten wir unser Feld auch schon mal angepflanzt. Das tun wir dann nachher noch einzäunen, dass da auch keine Tiere drüber latschen. Und es regnet. Ist auch blöd. So, dann marsch mal hier zu und geh einfach mal pennen. Oh, Scheiß. Hä? Hier war doch eben noch Wasser. Na ja, egal. Ähm, so. Dann bauen wir oben an unserer Farm weiter. So, hopp, 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 hopp. So. So, hopp, 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 hopp. So, hopp, 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 hopp. So. So. Ähm, so, so, so. So, gut. Ähm. Zwei. Zwei. So. Gut, ähm, ja. Ähm. Gut. So. Ähm, ich bin grad irgendwie ein bisschen raus. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ähm, ja. So, äh, so. 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 jetzt haben wir unsere Farm angelegt ich weiß nicht, ich glaube gerade nicht sehr viel ich weiß auch nicht was los ist, keine Ahnung ich kann es euch nicht sagen weil ich es nicht weiß naja, egal ähm, so, ähm, ja gut, dann, ähm, gehe ich jetzt erstmal ähm, ja, keine Ahnung was würdet ihr denn vorschlagen, was wir denn mal machen weil wir bauen jetzt unser Bauernhäuschen und nachdem wir das Bauernhäuschen gebaut haben möchte ich gerne mal von euch wissen, was euch denn interessieren würde was wir denn mal machen könnten weil ich will euch ja nicht langweilen weil zum Beispiel, wir könnten jetzt ja auch in den Nähther gehen und könnten da zum Beispiel was weiß ich, irgendwas bauen so, weißt du? oder wisst ihr? deswegen, es liegt jetzt ganz an euch ich bin nämlich schon die ganze Zeit am überlegen, was könnte ich denn jetzt noch machen es soll doch auch nicht langweilig werden ach, kommt schon, sagt doch mal bitte was ich will es doch nur wissen ähm, 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 also wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt oder so dann sagt einfach oder schreibt einen Kommentar oder was weiß ich oder, ähm, keine Ahnung macht einfach irgendwas ich weiß es nicht sagt irgendjemandem Bescheid der irgendwie Kontakt zu mir hat oder keine Ahnung sagt dem einfach mal oder sagt irgendjemand oder irgendjemand und meldet euch einfach was wir denn mal machen könnten weil ich will das hier eigentlich so aufbauen dass ihr mitentscheiden könnt was wir machen weil ja es ist ja eigentlich ja dann unser let's play also sozusagen wir let's playen das ja zu ah, da ist ein Marvin ähm wir playen das ja zusammen also deswegen ich muss schon so ein bisschen wissen was ihr denn wollt oder nicht oh und ich muss niesen pff ah 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 naja ok ähm so gut ja aber wirklich ich würde dann gern mal wissen so was ihr denn oder was ihr so sehen würdet weil ich will das hier nicht alles alleine entscheiden deswegen also ja ich weiß auch nicht oh da ist ich hab schon gedacht der wäre Lava so gut ähm jetzt haben wir auch wieder 15 Kohle für was weiß ich auch nicht ja gut also äh und da ich jetzt so langsam sehe dass wir gleich ah da ist ein Creeper da ist ein Creeper na oh Penner ähm da wir jetzt gleich schon 20 Minuten aufnehmen würde ich sagen sehen wir uns dann bei der nächsten Folge weil ich jetzt dann eine Aufnahmepause machen werde sie rendern werde die Folgen und dann hochladen werde und ich hoffe ihr schreibt Kommentare weil ich möchte ich möchte wirklich gerne wissen was ihr denn möchtet weil sonst ist es ja eigentlich in dem Sinne sonst entscheide ich ja alles und ich will ja eigentlich dass wir das zusammen let's playen weil sonst ist es ja eigentlich hm ja sonst könntest du es ja auch einfach ohne aufzunehmen machen wisst ihr also egal was wenn ihr euch irgendwas einfällt sei es noch so schwachsinnig dann sagt einfach Bescheid schreibt einen Kommentar ist doch egal ich will hauptsache was bauen also dann würde ich sagen ich will euch jetzt nicht hier irgendwie zusammen kacken irgendwie keine Ahnung ich wollte einfach nur mal dass ihr irgendwelche Kommentare schreibt oder so ich wäre euch sehr dankbar dafür und dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten let's play ne macht's gut Leute bis zum nächsten Mal von